Was geht my friends? Willkommen zurück zu Skyrim. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen Beef. Ich habe es geschafft mich dort zu verpissen. Dann kam so ein Kopfgeldjäger. Ich hatte irgendwie ein Kopfgeld in Root oder so. Fragt mich nicht wo das jetzt ist. So, dann habe ich einen Millie gekriegt. War das nicht das wo wir Beef hatten? Ich habe den sonst so 1200 Dollar gezahlt. Dann habe ich den getötet. Dann habe ich mir das Geld wieder zurück genommen. Dann habe ich einen Drachen getroffen. Natürlich feindlich. Den habe ich dann besiegt. Das heißt hier wieder irgendwie Drachenscheiße bei mir. Wie viel kann ich noch tragen? Da habe ich seine Rüstung angezogen. So Stahl oder so. Sieht jetzt komplett behindert aus. Teilweise. Jo, er zeigt eine neue Mission. Und die lautet, triff, keine Ahnung, vor Schneeschleicher Zuflucht. Ne, gucken wir mal ne. Wie regeneriert man in der Ausdauer nicht? Ich weiß nicht warum. Das ist scheiße. Der Schrei funktioniert, ne der funktioniert so. Jo, gerade hatte ich noch einen Wolf getötet. Ich hoffe das ist noch bei auch nie. Wenn ich die Burg denn schon sehe. Sag mal, war das hier eigentlich fein? Nö, da steht er ja. Sicher, sicher, ne? Ey, Bro. Ich bin. Hab ein bisschen Verspätung gehabt. Hat ein paar, naja, Aufenthaltsfehler. Ja, ja. Cool. Du hast sie erkundet. Das heißt, du müsstest es eigentlich wissen. Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Oh Gott. Es ist tot. Es ist tot, Dave. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Bist du ne Pussy? Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das sagen hätte. Nein, hast du nicht. Mir geht vor. Ich folge euch. Soweit verstanden. Nein. Du Mädchen. Ladies first. Komm. Komm, du Pussy. Pussy. Hast du Schiss, wa? Bist du ein Mädchen, ja? Ja. Bist ein ganz kleines Mädchen, ja? Wo ist denn der Eingang? Ach, da hinten. Ja, ist der Junge. Warum stellen wir denn hier? Wo ist das Tose Pferd? Hast du es gegessen, oder was? Hab ich so lange gebraucht. Ja, komm, du Pussy. Wo ist denn der Scheiß-Eigau? Der ist oben. Mensch, du Pussy-Diode. Äh, Kaliya weiß sicher, dass wir hier sind. Wie ein Scheiß-Wertig. Ich geh vor, bis die angreift und dann verbisse ich mich. Ja, geil. Mach mal auf. Mach auf. Ja, da los. Ich kann dich nicht... Kann ich dich töten? Also kann ich ja schon machen, ne? Aber... Mach auf! Jetzt will ich mich komplett verarschen. Was ist mit dem? Du siehst ein bisschen weird aus, denke. Ich hoffe, du gehst da drin als erstes drauf. Äh, nein. Zum Schluss. Kurz vorm Ende, damit ich mich verpissen kann. Ah, nee. Scheiße. Wir haben wie viel? 222... Äh, 22. Das ist kacke, weil... Ähm... Ja, Höhle, ne? Wir werden noch ein bisschen Stuff mitnehmen. Musst doch Pacher mal rein. Nö. Ey, kommst du? Ne, doch. Boah, was richtig geil wäre. Die nächsten Bildschirme, ne? Wenn man da... Äh, wenn man riechen könnte. So, das war richtig. Das würde uns viel nochmal verbessern. Und das hat sich zweideutig, ja. Ah! Schick. Oh ja, nee. Das brauche ich. Das brauche ich definitiv mehr. Ich habe keine Heilung mehr. Das ist so eine kacke Uhr, die ich nicht öffnen kann. Ja, was macht dieser Hebel da, ne? Ah, nice. Ja, mal geben. Ich dachte, du hast... Oh, scheiße. Mehr für mich. Hast du kein Interesse? Ach, probieren wir mal diesen Kack-Trank aus. Du kämpfst mit zwei, Digga? Nö, kann man machen. Kann man machen? Ja, muss man aber nicht. Gut, wir sind fertig. Weiter. Weiter jetzt. Sieht an der Kette dort drüben und passt auf die Sch... Sieht doch selber dran. Die fress sich bei einer Bluten, Digga. Nervt mich nicht. Oh! Das war knapp. Also, das hätte ich gerne treffen können, ne? Wenn die mache ich ja easy alleine weg. Das ist... Aua! Das ist nichts. Ja, komm, du siehst aus, dass du gleich rausstehst. Guck mal, der ist doch schon bewacht. Den kann man nicht looten. Der steht gleich auf. Wenn da schon eine Bärenfalle ist. Ja. Die ich sehr gerne selber auslöse. Ja, sehr vorsichtig. Als ob die nicht... Oh, wo ist das da drin? Zack, Digga! Come on! Und zack, Digga! Und? Erpisst dich, Junge! Das ist mein Kill, du... Keck! Äh, nimm du die anderen. Ja, gut, ne? Äh, nee. Bist du grad wirklich draufgegangen? Wegen den Drachen? Guck mal hier, ey, Drachen! Mensch, du bist so eine Pussy, hat er hier. Zack! Zack! Da! Mein Gott, kriegst du nicht alleine hin! Wie viel? Stabil. Kann ich aber nicht mitnehmen, weil... Da vorne sind noch zwei von denen. Boing! Das musste sein. Bju! Was passiert jetzt? Da ist doch was in der Pussy! Ja, ja, mach, mach, mach nur mal. Ich guck hier. Rubin! Sexy. Sag mal, rennst du grad wirklich weg wie so ne Muschi? Du kleine... Mensch, kriegst du nicht mal hin, so einen kacken Typen hier fertig zu machen, oder was? Oh, sorry! Fuck! Jetzt darf ich die Waffe suchen, Alter. Jetzt hat mir da irgend so einen Scheiß aufgesammelt. Da. Das macht so viel Platz weg, ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Aber steht hier nichts wirklich fest? Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Äh, zieh mal eine Leine, wo auch immer die ist. Machen wir die Tür auf. Ah, hier. So, jetzt warten wir auf die nächsten Fallen. Was müssen wir eigentlich machen? Bin die Kali, die Dingsbums. Diese Geräusche, Alter. Ey, komm mal her, du kleine Fotze. Geh! Hab gesehen, dass du abgehauen bist. Geh! Ich schwöch' zu dich an. Ich hab's nicht gehört. Los, mach was! Mach was, Digger! Das sieht aus wie so'n Schwuchtelkampf, Alter. Komm, wir... Wir machen das für richtige Männer fertig. Der braucht ja viel zu lange, Alter. Bis der hier fertig ist, Alter, der braucht noch nicht die ganze Stunde und ist noch in dieser... Ich hab' sie wohl verscheu' ich... Nichts hast du... Du warst schlecht. Du warst grauen auf... Jetzt liegt der andere da oben drauf. Ah, hier. Nein, ich hab'... Geh jetzt auch noch ein Schild mit. Apropos, ich hab' ein Schild von diesem... Kopfgeldjäger genommen. Guck dir das mal an. Warte. Wo ist der, wo ist der? Guck dir das an, Alter. Rüstung 31. Und hier, Dings, muss das Wert von über 200 noch. Ist das nicht geil? Komm, wir machen mal ein bisschen Lärm hier. Aufstehen! Aufstehen! Kommt alle raus! Das ist ja der Herr, das ist ja langweilig. Höchsten Ausdauers, das ist wichtig und richtig. Mag ich ja nicht wirklich. Na gut, ne? Falls wir wieder so'n Drachenfight haben. Ah, nee, der schreckt ganz hier nur. Hier kommst du? Wir müssen nur sicher gehen. Nee, warte mal. Das ist oben. Lauf mal richtig? Aber hier geht's runter. Wir laufen richtig. Äh, wow, shit. Wie viel haben wir 3, 4, 5, 6, 7? Jo. Mach du mal, ich trink mal was, ne? Au. Au. Magiker. Du machst das, ich glaub an dich. Ja, ja. So, da gehen wir mal auch rein. Ich fang an zu looten. Oh, ey, was willst du jetzt von mir, Alter? Miss dich mal, du kleines Missgut. Ey! Jo, Billett, wo bist du? Ey, 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 ey. Jetzt wird's, jetzt wird's heftig, jetzt wird's hässlich. Äh, äh, scheiße, ich hab' nur eine Heilung. Hello. I need, I need help. Jubel, Junge. Du, gehst mir so auf den Sack, ne? Weißt du das? Kleines Missgebotes wie? Hello. I need help. I need help. Oh, Digger, du Pissfehler. Ne, Pfeiler, nehm' wir auch mit. Ey, was ist das für ne Ratte, Junge? Mach doch mal was. Ich schwör, ich bring dich um. Ich bring dich um, Alter. Wenn wir hier raus sind, ich bring dich um. Ja, von hier fünf Meter entfernt, du wirst du nichts treffen mit deinem billigen Schwert. Alter. Wenn ich jetzt draufgehe, ne? Wegen diesem Huren so. Aber den anderen hast du... Bist du tot? Ich hoffe es. Geh! Worauf wartest du? Geh. Ich kann dich töten, das weißt du. Mach ich aber nicht, weil... Oh, huha. Sorry. Weil du mein Versuchskaninchen bist. Geh, wait. Jetzt hab ich hier das Sagen. So. Ich weiß immer was, mit Knochenmüll kannst du dir herstellen oder so. Oh, Guck mal, Digger. So ein kleiner Ratte hat mich... Alter, schocken, Junge. Sprünge der Pise, du Spinne, entgegen, Junge. Nein, stell dir mal nicht mit. Ja, Jut. Na ja, 50 Pferd, na ja. Wir müssen dringend aufpassen. Wegen dem, weil ich ein bisschen mehr mitgenommen habe. Ich hab's nicht direkt verkauft. Heißt, wir dürfen nicht zu viel mitnehmen. Leider. Ich würd' gern das maximale Ausreiz, sondern mehr. Weiß ich sowieso schaffen werde. Also, jetzt... Aber wir haben die 8000 locker zusammen, ne? Nein, hatten wir. Stimm dich, aber dieses... Äh, ja, wir kriegen die eh wieder zusammen. Das ist jetzt nicht das Ding. Woher kommst du? Ist der tot? Ey, komm. Yalla. Ihr wird nicht geschlichen, Digga. Aha. Kinderspiel, sagst du, der von einem Skelett fast getötet wurde. Ach, du Scheiße. Du bleibst dich denn nicht hin. Äh, yo. Das wird lustig, das wird lustig, das wird lustig. Und voll deinem, perfekt. Ach, du bist so ne Muschi, Alter. Wegen die ich zwei Finisher verkackt. Sieg gut aus. Komm, ja, ich mach den mal den weg. Yo, das war ein geiler Finisher. Der war nice. Das macht... Yo. Das, 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 das... Lässt sich sehen, ja. Ja, Wert von 800. Da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Das weiß ich nicht mehr. Wo geht's weiter? Hier. Wo geht's weiter? Fuck. Moin. Ich suche, ich suche, ich suche einen, einen Geschäftsführer. Wir möchten bitte... Du bist so ne kleine Fotzen, ne? Aber was ist ein geiler Finisher. Das muss man dir erlassen. Das sieht wie das. Oh, oh, oh. Mein HP Level sieht nicht so gut aus. Come on, ich helfe dir mal. Zack, zack. Das gehört mir. Komm mal. Das war... Was stand da? Ich dachte, da war irgendein Auge oder so. Nee, war mit, Digga. Hat kein Gewicht. Hat einen Wert von 120. Ist das scheiße. Oh, yes. Wow. Das mache ich jetzt. Wenn da nichts wird... Oh, HDD. Das ist straight. 12 Gold. 12 Gold, Alter. Ah, hier ist er auch noch. Eine Truhe mit Schloss hat weniger Inhalt als eine Truhe ohne Schloss. Scheiße. Also, ich empfehle euch, guckt in die Truhe, die keine Schloss haben. Die sind der wertvollsten. Wie sie sehen. Packt man. Du hast auch einen Kriegshemmer. Scheiße, ist der geiler. Warte mal, meiner hat jetzt einen Schadenswert von 50, 48. Das ist traurig. Warte mal, warte mal, guck mal, guck mal, guck mal. Du hast einen Nordkriegshemmer. Gut. Gleich stark. Aber wo war hier? Das steht, Dinger. Die musst du mal suchen. Aber. Jetzt hab ich hier vorwarten können. Ich sag, du hast die Hürde untersucht, Digga. Komm rein. Damit du nicht abhaust, Alter. Ach, und jetzt wichst du woher? Come on. Arm, Digga. Du hast Kriegshemmer, ich hab's. Nein, das ist, das ist so ein Ding zwischen Kriegshemmer. Wir müssen, oh Gott, zehn Schaden weniger. Das ist peinlich. Oh, noch ein Toter. Okay, die sind ja alle tot. Teilweise auch. Nö. Äh, wenn jetzt wieder irgendein Kack-Rätsel kommen, ne? Ah, was ist denn los? Ist das gewollt, oder? Äh, ist ein Bug. Okay, das da oben ist natürlich gewollt. Tschüss. Äh, du wolltest ja da rein, ne? Jalla, hier, da, ich hab dich hingebracht. Geh vor. Da ist doch was. Yo. Ich helf dir. Ja. Ich helf dir, ne? Hä, 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 hä. Komm, warte, ich helf dir. Ihr seid ja niemand, Digga, du bist nicht tot. Ich will dir nicht zu nahe treten, ne, aber... Ahn, oh Gott. Ne, warte, warte. Äh, geh, 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 geh. Yo. Was? Das ist jetzt blöd. Hammer, du hu... Ich lass gelten. Das ist dein Kaliber, tschüss. Was ist denn mit dir? Verpiss dich. Komm. Komm. Hier. Ja, hä. Weg hier. Was ist denn mit dir? Kommt der da durch? Also die KI hat es echt in sich, ne? Komm, du Musik, komm. Das wäre ja nicht gelten. Komm, ich mach... Ich mach den ersten Schritt. Ja, ich mach den Schritt. Hallo. Walla, tschüss. Ich bin weg. Mein Kriegshammer, Junge, der ist ja voll eingefroren. Nein. Ja, kacke. Mein Typ. Ich guck, ich feuer dich an. Machst du super. Sind eigentlich nur zwei, ne? Eins gegen eins für jeden. Aber ich will nicht, der mit dem Meister bin. Der ist scheiße. Boom. Oh Gott, nee, 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 nee. Komm, komm, komm. Kommt, der ist geschwächt. Digga, wo bist du? Wo bleibst du? Warum machst du nichts? Warum machst du nichts? Yo, du kleiner Wichs. Bist du tot? Ich hoffe mal nicht, ne? Wäre kacke für mich. Warte, ich muss mich lieber kurz regenerieren. Nicht, dass der jetzt nicht schaum ist, ne? Matchreise aufgeladen? Tamar, wo bist du? Nee, doch. Stahlbarrennen. Alter, ich hab mir die Kacke gekauft, Alter. Ich heul. Ich heul. Geh. Geh, komm. Komm. Du wolltest hier rennen, ne? Das war deine Idee. Will ich nur mal, äh, kurz erwähnt haben. Deine Idee. Also mach du auch dann scheiß. Nee, nee, nee. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Und wir gucken doch nicht. Ja, das sieht sexy aus. Das wiederum nicht. Oh, was ist Bernstein? Wo kann man den hier verkaufen? Ey, hier ist doch so ein Schreiner-Nähe. Tja, wunderschön, wunderschön. Das übernehme ich. Das ist mein Part. Ja, inhalieren, inhalieren. Ja, mal komm, man. Boah, der macht hier lernen. Waffen. Entwaffnen. Never. Das ist denn dieser, 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 der hier, ne? Stimme, oder? Ein bisschen. Ist das der hier? Ja, muss, ne? Warte mal, was? Ich hab zwei Drachenseelen. Wann? Was haben wir Drachenseelen? Ich hab doch angeblich zwei Drachenseelen. Oh, wie war das Ding? Muss ich mal gucken. So, warte. Ja, du vergisst ja jeden. Ja, wir sind eigentlich fertig. Oh, Mann. Was? Dann geht's weiter, Digga. Komm. Mich wundert, dass ich so will. Jo, nee, nee. Verpiss dich. Ey. Wenn da jetzt die Diamantklau rein muss, ne? Schwächt. Bring dich um. Die liegt nämlich zuhause. Au. Die liegt nämlich zuhause. Nein. Oh, nee. Welche, welche Klau... Nein, 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 nein. Welche Diamantklau... Welche Klau muss da rein? Ich hoffe, ich hab die noch. Hm, die ist die... Da. Goldene Klaue. Was ist das? Ah, ist ein toller Zoom. Ein Bär, ein Flattervieh und eine Eule. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich. Halt's Maul. Geh mal weg hier, Alter. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns alle. War das ne Bär oder ne Schlange? Zum Glück haben diese Türen... Oh, halt die Fresse, du Keck. Meine Fresse. Geh's dann auf den Sack. Ey, das ist ein Bär. Der ist ein Flattervieh und eine Eule. Nur Ken muss. Eigentlich nicht. Ja, wir haben kein Bär. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Das macht doch keinen Sinn. Also du nicht... Hä? Junge, ich bin masslos überfordert. Also manche, was sind die Türen echt wie weird. Ähm. Super. Gefunden. Kann ich jetzt wieder nach Hause? Bitte? Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen. Ich kann nichts machen. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräubrauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte Reich. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Richtig. Keine Ahnung, wovon die labert. Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Carlos euch wieder seht. Warum bin ich jetzt hier? Nock? Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Zieht ihr Schwanz ein? Warum bin ich jetzt hier halb tot? Wie interessant. Es scheint, dass Gallus' Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Ah, nice. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Junge, ich kann nichts machen. Will euch eure Grüße ausrichten. Er war ein bisschen asynchron, aber macht nichts. Ei, ei, ei. Ich hätte ihn so oder so getötet. Wo komme ich jetzt hin? Ist das Spiel vorbei? Fragen über Fragen? Nö. Wozu f*** bin ich? Wo bist du jetzt? Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Bestens, Alter. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Nice. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde... Hattest du? ...euch aus dem Weg zu räumen. Der war neben mir. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Richtig. Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleier-Zuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Na klar. Nein, da gehe ich nicht hin, da ist ein Drachen. Gott, du lauers mir das Schlange. Aha. Gift. Dann darf ich das nicht selber... Sag mal, wo muss ich mal hin? Nicht nach Winter, wir müssen nach Winterschwestern, herzlichen Glückwunsch. Das war's mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich versuche, mich da irgendwie wieder reinzuschleichen. Ne? Jut. Tschö. Mit. Ö. Wollen die noch töten? Zombie Apocalypse.